Hallo zusammen, wir sind die Hackathon-Organisation DoHack. Wir haben uns dazu entschieden, auch am Wir-Versus-Virus-Hackathon teilzunehmen und unseren Beitrag zu leisten. Wir haben uns überlegt, dass wir dabei helfen wollen, die Infektionsrate zu verringern und Infektionsketten aufzudecken. Dafür haben wir eine Anwendung entwickelt, die sich Covid-Diary nennt. Das ist eine Anspielung auf das Wort Diary, also Tagebuch. In unserer Anwendung wird der Nutzer täglich dazu aufgefordert, seine Kontaktperson des Tages und besuchte Orte festzuhalten. Im Falle einer Infektion soll dies dazu führen, dass die Kontaktpersonen für einen gewissen Zeitraum eben sehr einfach ermittelt werden können und die Leute gewarnt werden können, dass sie sich eventuell angesteckt haben können. Kommen wir nun zu der Anwendung Covid-Diary. Wenn man sie startet, gelangt man auf die Wochenübersicht, wo man seine bereits geleisteten Einträge sehen kann. Zusätzlich gibt es noch eine News-Page. Hier kann natürlich auch eine andere API angebunden werden. Im Idealfall würden hier auch Nachrichten direkt von der Bundesregierung reinkommen. Des Weiteren gibt es dann noch Einstellungsmöglichkeiten für die Benachrichtigung und Erinnerung. Wenn man sich dann entschieden hat, seinen heutigen Tagebucheintrag zu machen, geht man einfach auf Eintrag hinzufügen und gelangt zu diesem Wizard, wo man die Frage beantwortet, ob man heute unterwegs war draußen. Wenn ja, dann gelangt man zu dem Tab, wo man Orte hinzufügen kann, die man heute besucht hat. Zum Beispiel, ob man im Netto einkaufen war heute. Danach wird man gefragt, ob man direkten Kontakt zu anderen Personen heute hatte, ob man sich zum Beispiel mit jemandem getroffen hat. Und hier kann man dann Kontaktpersonen festhalten. Zum Beispiel hat man den Herrn Hansen von nebenan getroffen. Wenn man damit fertig ist, gelangt man zu einer Übersichtsseite, wo man dann noch einmal sehen kann, wie der Tag zusammengefasst aussieht und dann eine Bewertung dazu erhält.